Hallo! Hallo zusammen! Wir wollen euch einladen. Ja. Nämlich? Zum? Ja. Zum Right Voice for You-Kurs. Worauf wartest du? Wie viele Ausreden hast du, nicht dabei zu sein? Ist so cool, wenn man nämlich was wirklich will und sagt, okay, weißt du was, ich bin bereit, mich zu zeigen. Ich bin bereit, gesehen und gehört zu werden. Ich halte mich nicht mehr zurück. Dann kreiert man sich oft die Möglichkeiten mit totaler Leichtigkeit oder zumindest die Möglichkeiten, sich das zu holen und dabei zu sein, wo man weiß, dass es die Zukunft kreiert. Worauf wartest du? Wie sehr meinst du dich immer noch in deinem Sein zurückhalten zu müssen? Oft merken wir das gar nicht. Absolut. Was für mich so treffend ist, wir sind gerade in Afrika, Südafrika. Wenn man hier in die Natur einfach geht, dann hast du wirklich alle Formen des Seins und alle Formen der Stimme. Da gibt es einfach Tiere, die sind einfach nur ruhig, die stehen nur da und fressen. Dann gibt es andere Tiere, die sind ziemlich laut und da geht es richtig, richtig ab. Und für mich ist es einfach so, alle Facetten spielen zu können, die auch hier die Natur zum Beispiel bietet, wo du einfach laut und leise sein kannst. Und nichts ist falsch. Und nichts ist falsch und einfach nur du bist. Und deine Stimme sein heißt nicht, dass man jetzt mit seiner verbalen Stimme irgendwie laut sein kann. Kann man, weil manchmal kreiert es mehr, wenn man was sagt oder wenn man die physische Stimme nutzt. Aber darum geht es gar nicht, dass man immer nur laut sein muss, sondern es geht darum, dass du dich in dem, was du bist, nicht mehr zurückhältst. Weil es ist echt faszinierend, man glaubt immer, um erfolgreich zu sein, um ein Business zu kreieren, um Produkte rauszubringen, muss man laut sein. Man muss auf Social Media laut sein, man muss auf, ja weiß ich, man muss irgendwie Rautposaunen und pushen und stressen. Das ist nicht das Erfolgsrezept. Gar nicht. Das ist so ein Irrglaube und so eine Lüge, die Leute abkaufen und sich so einen Stress machen. Wie poste ich richtig, wie das und das. Und wir wissen alle, dass es nicht stimmt, aber trotzdem, die meisten Leute versuchen trotzdem, die richtige Formel zu finden, wie ich poste und so. Wie wir Leute connecten, ist nicht mit solchen Dings da, Zeug da, sondern das ist durch das, was wir sind, so dein Aufdrehen von dem, was du bist, das ist die Einladung, das ist dort, wo Leute sagen, da will ich hin oder das Produkt kaufe ich oder das ist eine Einladung. So, lass uns das öffnen und deine Stimme rauszukitzeln mit deinem Körper, mit Business, mit Kreationen, mit Geld, mit Beziehungen, tuto completti, überall und mehr darüber hinaus. Und deine Einzigartigkeit, das ist dein Marketing, was nur du in die Welt bringen kannst und sonst niemand anders. Exaktamente, exactly. So, wir freuen uns riesig, Right Voice for You in Hennendorf, in Österreich, wunderschöne Gegend, drei Tage für dich, lass uns spielen und bist du dabei? Wir freuen uns auf dich. Tschüss! 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 Vielen Dank.